Willkommen bei Wendling und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Note of the Day und lass uns mit der Welt connecten. 27.03.23. Heute, oh Gott, oh Gott, es ist up to date, das Spiel. Oh, ist das eklig und der nimmt auch noch die Uhrzeit vom Rechner. 20.48, es ist exakt jetzt. Es ist ja so immersiv. Warte mal. Wir können uns nur sehr langsam bewegen. Oh Gott, nein, 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 bitte nicht so ein Fotoapparat spielen. Okay, oh Gott. Oh, nee. Das Spiel ist quasi live, genau. 27.03. ist live. Oh, scheit. So, aber, ach so. Okay, wir müssen die Klinker halten. Oh, das ist alles so langsam. Okay, Videokameras. Ich finde es auf jeden Fall schon mal grafisch cool. Mir gefällt sowas sehr. So, kann ich mich hinhocken? Ja. Oh Gott, aber gleich. Tiefste Gangart hier. Having a job just feels useless. I come home, take a shower, eat on her and go back. There's no one waiting for me at home anymore. Will there even be someone left to read this ladder? I feel like I'm just walking in circles. Kann ich das hier nehmen, das Knicklicht? Das ist aber auch ein schöner Terracotta-Boden hier. Oh, was ist das hier für Musik? Also, wir sind anscheinend ein sehr einsamer Mensch irgendwie, auf den keiner wartet. So, einfach hier die Box hier so mitten an der Wand angebracht. Geil. Wer steht denn hier in den Fernseher hin, Alter? Okay, verschlossen. Der Ausgang ist verschlossen. Oh, fuck. Wenn ich was wirklich an Spielen hasse, ja, dann ist das sowas. Weil du weißt hundertprozentig, dass irgendwo ein Pinsel vor dir steht plötzlich. Hallo? Also so mit der, mit der Inneneinrichtung, da müssen wir nochmal reden irgendwie. Also, das funktioniert nicht so richtig. Die Uhr geht auf jeden Fall anders. Nimm ich ja nicht mehr an diese Stehengebiegen. Okay. So, das ist das hier. Kennt ihr eine Flagge? Was ist das für eine Flagge? Von wo ist diese Flagge, bitte? Ja! Kann ich zoomen? Ich möchte eigentlich ja nicht zoomen. Kennt einer diese Flagge? Ha! Okay, also wir sind quasi wieder am Ausgangspunkt. Sofort Gänsehaut, ey. Oh, wie ein Licht. Schön. Oh, Licht ist schön. Oh Gott. Und wir haben eine zweite Notiz am Boden. Da krauche ich erstmal hin. Wir sind so sofort auf den Boden geschmissen. No, too. Ich höre die Sounds. Das sind nicht da. Silenken, das Killing me. Da ist kein Weg zu kommunikieren. Mit jemanden, mehr. Da sind die Böden, neben meinem Apartment. Aber es scheint nicht so, dass jemand neben mir noch nicht erinnert. Ich weiß nicht, ob etwas für sie kommt, aber wenn sie es tun, werde ich sie schocken. Schocken. Entschuldigung. Wieso? Nationalflagge von Honduras, sagt Google. Okay, danke ihr Lieben. Sind wir jetzt hier Dead Buddies? Und das hört sich dann nach Fliegen an. Shit. Hört's auf? Nee, natürlich nicht. Wieso herrlich, ob es Sinn macht, hier an diese... Warte, was? An diese Türen hier ranzugehen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh, was ist denn da vor uns? Was ist denn da vor uns? Was ist denn für ein Grind? Und? Oh, oh, oh... Ich möchte das nicht... Ah! Wir laufen einfach durch. Ach, du sch... Ach, du Schande. Oh Gott, oh Gott. Was ist? Was ist? Mann, du willst mir doch wohl hier nichts vor der Flagge von Honduras antun. Oder was? Was ist denn das gerade für ein Satz gewesen? Du willst mir doch hoffentlich nichts vor der Flagge von Honduras antun. So rum. Ich würde gerne souveräner sein, aber ich kriege es einfach nicht in diesen Scheißspielen. Die kriegen mich immer wieder. So, kann man denn hier nicht mal einen Lichtschalter? Natürlich nicht. Ich frage mich auch, was in der Mitte dieses Hauses ist, dieser Wohnung. Oh Gott, es ist gleich. Wirklich, ich bin wirklich, ja, wirklich echt spannend gerade. Und Nachricht Nummer drei. Also, man könnte, uh, I can't keep up with this bullshit any longer. There is no more food left. Plus, I have the... Ah, ist das okay. I have the jackfuck... To... 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 Okay. Keine Ahnung, kannst du wirklich nicht lesen? To look? For a math month? It's useless. Fuck the chair next to me. What? Fuck the lamp. Fuck everything. Also, ja, das ist... Das ist wahrscheinlich halt zensiert. Hör ich wieder stimmen? Ja? Wir hören wieder stimmen. Meuses! Ah! Oh, Mann, wieso denn, Alter? Wieso? Oh, Mann, wieso denn, Alter? Ich krieche einfach weiter jetzt. Nein, nein, er schiebt mich vorwärts. Ich kann ja nicht anders laufen. Er schiebt mich vorwärts. Lauf ich jetzt an der Decke? Lauf ich jetzt an der Decke? Kick in die Macke. Das ist ne schöne Demo. Wirklich, das ist so ne viel Gute. Ist einfach auch immer wichtig, dass man mal Spiele spielt, wo man sich wirklich mal entspannen kann nach der Arbeit. Einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Wenn ich das Geräusche höre und ich sage, die Seele baumeln lassen. Ich weiß, hier drin hängt wieder Benni, der gerade wieder irgendwelche Sexspiele gemacht hat. Hängt an seinem Gürtel da dran. Ja, hier. Orthogene erotische Erfahrung. So, ich komm nicht raus. Komm nicht raus. Ja. Ich komm nicht raus. Schön. So, wenn ihr alle eure Schlüpern gewechselt habt, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne bitte ein Abo auf dem Kanal. Da helft uns ein bisschen zu wachsen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye, bye! Bye, bye, bye.